Willkommen zu einem neuen Quiz-Video auf unserem deutschen Kanal O-Quiz. Das heutige Quiz. Finde das falsche Emoji. Du hast für jede Runde 15 Sekunden Zeit. Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du das Video jederzeit stoppen. Bist du bereit? Dann lass uns beginnen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Bitte vergiss nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und los geht's. Viel Spaß mit dem Quiz. Oh, really? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Hey, nicht aufgeben. Du kannst jederzeit das Video stoppen. Bis zum nächsten Mal. 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 Aber einfach wäre doch auch langweilig, oder? Die letzte Aufgabe ist ziemlich schwer. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.